Kurz aufgemerkt, liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem kleinen Real Talk. Wer gestern meinen Instagram und Facebook-Kanal verfolgt hat, hat ein Video festgestellt von mir, dass ich hochgeladen habe, wo ich wirklich enttäuscht, wütend verletzt bin, denn ich wurde hintergangen von einem Verkäufer bei eBay Kleinanzeigen. Jetzt ist es mir auch passiert. Ich habe immer davon gehört, ich habe sehr oft davon gelesen, habe oft auch Mitleid mit den Leuten gehabt und habe mir gedacht, ja mein Gott, warum haben sie denn bei Paypal Family & Friends gemacht? Warum haben sie dieses nicht versichert gemacht? Ja, jetzt ist mir dieses auch selber passiert. Herr Koch, zusammengefasst für Leute, die mein Video gestern nicht gesehen haben. Ich hatte gestern Morgen, hatte ich mal ein bisschen durch eBay Kleinanzeigen geblättert, das kennt man ja, macht man ja gerne mal so und war auf der Suche nach einem günstigen Heeskeletor. Ja, das ist die Mattel Creations Figur, die zurzeit sehr beliebt ist, die zurzeit auch ausgeliefert wird. Ich hatte damals bei Mattel Creations auch rechtzeitig bestellt. Ich habe drei bekommen können, aber im Gegensatz zu anderen habe ich diese von Mattel Creations noch gar nicht verschickt bekommen. Ja, das hat mich natürlich ein bisschen gewormt. Ich wollte auf alle Fälle, damit die Wartezeit nicht so lange ist, wollte ich schon mal eine Figur haben, damit ich sie mit euch zusammen rechtzeitig auspacken kann. So, ich habe dann eine Figur gefunden, kostete 45 Euro, war für mich noch voll legitim, kann man lassen. 5 Euro Versand, auch Verkäufer war nett und so habe ich ihm das überwiesen. Warum auch immer, habe ich das nicht versichert gemacht. So, und nachdem ich diesen Kauf abgewickelt habe, circa zwei bis drei Minuten später, hat sich denn eBay Kleinanzeigen bei mir im E-Mail-Fach gemeldet und hat vor diesem Mann, ja, gewarnt. Ja, und sie haben auch laut E-Mail sein Konto eingeschränkt. So, super. Habe ich ihn eingeschrieben, habe gesagt, jetzt hat eBay mich gewarnt vor Ihnen. Was ist da dran und was passierte? Richtig, nichts. Er hat sich nicht gemeldet. Auch auf zwei weitere Mails hat er sich nicht gemeldet. Und, ja, jetzt bin ich natürlich erstens mal sauer auf den Betrüger. Ja, bin ich erst mal mega sauer, aber noch viel mehr bin ich von mir enttäuscht. Warum habe ich diesen blöden, ja, Family and Friends gemacht? Hm, ja, also da muss man jetzt auch unbedingt jetzt nicht von euch sagen, auch der Arme. Nein, der Mark ist selber schuld. Ja, hätte ich mal wirklich das versichert gemacht, hätte ich wenigstens mein Geld zurückholen können. Ja, es haben sich nach meinem Video einige entweder in den Kommentaren gemeldet oder aber auch mir private Nachrichten zukommen lassen. Also ich bin jetzt nicht, wie ich dachte. Man denkt ja immer in dem Moment, man ist der einzige blöde Depp auf dieser Welt. Nein, es ist schon vielen, vielen passiert, aber es geht auch noch heftiger. Auch Verkäufer werden geprellt. Das heißt, einer hat mich angeschrieben und sagte, er hatte jemandem etwas verkauft. Ja, auf den Bildern war alles zu sehen. Es war eigentlich top, war nichts zu beanstanden. Und dann hatte sich der Käufer gemeldet und hatte gesagt, ja, das Teil ist ja total zerkratzt. Und der Verkäufer sagt natürlich, nee, das ist doch einwandfrei. Hier sieht man doch die Produktfotos, die ich reingestellt habe. Und Paypal hat das Geld nicht zurückerstattet, dem Verkäufer, weil die Fotos bei seiner Anzeige nicht ausreichend dargestellt haben, dass das Produkt einwandfrei ist. Also hatte der Käufer, ja, hatte das Produkt und die Kohle musste er nicht zurückerstatten. Also das Perverse geht auch noch. Also ich muss mal sagen, wie krank ist diese Welt? Ja, warum zieht man den einen oder anderen so über den Tisch? Ja, oder auch andere, die diesen Fall hatten, ja, Tauschgeschäfte wurden nicht eingehalten. Ja, ist auch natürlich sehr mies. Ja, wenn man zum Beispiel, gibt es ja auch sehr gerne in diversen Foren, ist ja nicht nur in der Mastersgruppe so, sondern gibt es ja auch in anderen Gruppen, dann macht man untereinander einen Tausch. Meistens ja so. Der eine erwartet als erstes, ja, dass man ihm das Zutauschende schickt. Und wenn man damit einverstanden ist, ja, schickt man das zurück. Ja, wenn ich mal so Tauschgeschäfte mache, mache ich immer jetzt nicht mit Unbekannten, sondern wenn ich die Leute schon öfter mal gelesen habe in Foren, dann weiß ich ungefähr, das ist seriös. Ja, und vor allen Dingen, wenn die jetzt auch nicht negativ kommentiert worden ist, dann schicke ich das auch noch zeitgleich los. Das hat bei mir bis jetzt immer gut funktioniert. Jetzt, dass ich bei eBay Kleinanzeigen diesen Mist habe. Das ist wirklich, das wurmt mich so sehr. Ja, meine Ehre ist so gekränkt. Es geht mir jetzt nicht mehr um die 50 Euro, die zu Schaden gekommen sind. Nein, es geht mir jetzt darum, dass ich darauf reingefallen bin. Und auch andere, wie gesagt, schreiben mir dann so jetzt Sachen. Auch der eine sollte über den Tisch gezogen werden mit Hörspielkassetten von Masters. Ja, das kam ihm schon sehr, sehr, sehr günstig vor. Aber wie ist man? Ja, unsere Sammelleidenschaft macht uns auch gierig. Ja, so ist es leider. Und man hat sich darauf eingelassen. Nur derjenige hatte Glück. Er hatte die Versichertenversion gemacht für Paypal. Das sei mal auch dahingestellt. Man hat es auch sehr, sehr, sehr schnell zurückerstattet. Ja, dieses Geld. Ich weiß auch nicht, was der Betrüger davon hatte. Ja, aber gut, er hat jetzt natürlich eine Menge Ärger. Ich habe auch natürlich überlegt, zur Polizei zu gehen. Jetzt bin ich jetzt nicht so naiv, dass sie wegen meinen 50 Euro da ein Strafverfahren anleiern. Aber schon mal ein Zeichen zu setzen. Wenn mehrere solche Leute anzeigen würden, ja, dann macht es natürlich die Masse. Und derjenige würde vor Gericht gestellt werden. Jetzt ich alleine weiß nicht, ob das so etwas bringt, zur Polizei zu gehen. Aber ich ziehe das trotzdem zur Erwägung. Ja, vielleicht gibt es mehrere Anzeigen gegen diese Person. Und man kann denn wirklich mal den Rechtsstaat, ja, kann man mal wirklich die Keule schwingen und ihn vielleicht, ja, richtig bestrafen. Auch wenn die Chancen im Moment bin ich ja auch nicht so ganz optimistisch. Aber ich erzähle das gerade wirklich in Erwägung. Wenn er sich bis Samstag nicht gemeldet hat, werde ich sehr wahrscheinlich eine Anzeige erstatten. Und hoffen, dass schon mehrere gegen diesen eBay-Kleinanzeiger anzeigen, Verkäufertum, das ist sehr spät, ich zeichne das Video gerade nach meinem Job auf, ja, ich bin ein bisschen auch emotional angekratzt, dass jetzt meine Sprache jetzt nicht unbedingt gerade meine Grammatik einwandfrei ist, bitte ich gerade mal zu entschuldigen, dass vielleicht mehrere diesen eBay-Kleinanzeigen Mann zur Strecke bringen. So, das wollte ich euch noch sagen. Also deswegen wollte ich auch noch zum Rat und Tat sagen. Es kann nämlich jetzt auch noch passieren. Ich hatte gestern Morgen, nee, das war vorgestern Abend, hatte ich auch noch einen Deal bei eBay-Kleinanzeigen. Und diesmal geht es nicht um eine Masters-Figur, sondern um eine Barbie-Puppe, die auch ziemlich günstig war. Und da habe ich leider auch ohne Versicherungsschutz gearbeitet. Und diese Frau hat mir bis heute leider nicht, wie abgesprochen, eine Sendennummer zur Verfügung gestellt und bis jetzt auch nicht geantwortet. Aber ich möchte jetzt auch nicht da die Pferde scheu machen. Ja, vielleicht habe ich trotzdem noch Glück. Aber ich wollte jetzt nur sagen, wenn auch da dieser Deal platzen sollte, habe ich jetzt auch sage und schreibe, ich glaube, 75 Euro in den Sand gesetzt. Und es hat mir wirklich eins gezeigt, das war auch wieder positiv, dass ich ab sofort die Sachen nur noch wirklich versichert bezahlen werde. Ich werde mich nicht mehr auf den Deal einlassen, dass ich Family & Friends mache. Es sei denn, ich kenne die Leute. Dann ist das anderes. Wenn ich darauf verlassen kann, dann mache ich dieses. Aber nicht mehr auf alle Fälle bei fremden Leuten unversichert. Und das ist auch ein Tipp für mich an euch. Ja, auch wenn euch dieses paar Cent mehr kostet, diese Versicherung bei PayPal. Nehmt dieses in Anspruch. Ihr kennt die Leute nicht. Und wie ihr seht bei mir, dann hat man den Schlamassel. Man hat das Produkt nicht, was man gerne hätte. Man hat auch die Kohle nicht mehr. Das ist sowas von ekelhaft. Muss man lassen. Dann schaut euch mal die Bewertungen an bei in dem Fall eBay Kleinanzeigen. Gilt aber natürlich auch für eBay an sich. Ja, natürlich gibt es auch da gefakte Bewertungen. Ist mir auch schon klar. Aber ein bisschen mal durchgucken oder auch mal notfalls auch mal googeln. Ja, gibt es das auch negative Einträge von diesem Verkäufer? Dann bezahlt er natürlich. Da würde ich überhaupt nicht bei ihm einkaufen. Kommt noch hinzu, dann würde ich überhaupt gar nicht mit ihm ein Deal machen, weil man genau weiß, die Ware würde nicht kommen oder nicht so, wie sie beschrieben ist. Ja, also wie gesagt, nur Family & Friends bei PayPal, wenn man die Leute wirklich kennt, wenn die wirklich eine gute Referenz haben. Und das ist ja zum Beispiel in diversen Facebook-Foren, ja, das ist man ja so wie ein kleines Volk. Da hat man ja schon so ein kleines Gespür dafür. Man kennt die Leute schon vom oftmaligen Lesen, vom Empfehlen anderer. Dann kann man das machen, obwohl da auch nicht unbedingt eine hundertprozentige Versicherung ist, dass diese Personen auch wirklich die Sachen verschicken. Habe ich auch schon gehabt. Ist auch ganz ärgerlich. Bei eBay Kleinanzeigen ist es so, dann kauft man etwas und derjenige lässt sich wirklich Zeit, die Sachen zu verschicken. Ist auch so ein Maß. Habe ich auch schon gehabt. Das ärgert auch einen. Und dann meldet man sich, nach zwei Tagen hast du schon mal die Ware verschickt. Und dann sagt er, da habe ich doch keine Zeit gehabt, vielleicht Ende der Woche. Das ist wirklich ärgerlich. Man kann doch denn mit dem Käufer, kann man doch in Kontakt treten und sagen, hey, ich schaffe das nicht. Wäre das okay, das macht man natürlich am besten vor dem, der Deal stattgefunden hat. Wäre das okay, wenn ich das denn zu dem Zeitpunkt verschicke. Das wäre gut. Aber nicht dennoch patzig werden und dann den Käufer noch anmachen, dass man noch keine Geduld hat. Also ich bin immer so der Meinung, wenn ich etwas verkaufe, das mache ich auch regelmäßig bei eBay oder Kleinanzeigen. Dann versuche ich innerhalb von zwei Tagen, meistens verschicke ich sogar noch am gleichen Tag oder spätestens am nächsten, dass die Leute die Ware bekommen. Denn wir wollen ja, wieso ist es ja, wenn wir was kaufen möchten, dass wir am liebsten jetzt auf gleich haben und nicht noch tagelang warten. Und ja, das wollte ich euch noch mal hier in dem Video mitgeteilt haben. Es kamen, wie gesagt, so viele Reaktionen und die haben mich ein bisschen aufgebaut, ein wenig getröstet. Es gibt wirklich auch noch Ehrenmänner, Ehrenfrauen bei eBay, Kleinanzeigen und auch bei eBay oder auch diversen Facebook-Fangruppen, die wirklich eine gute Arbeit machen. Wenn man bei denen einen Deal macht, dann schicken sie das auch los. Und es ist immer so denn wie beschrieben. Ihr könnt gerne unterhalb dieses Video, dürft ihr auch gerne noch mal eure Erfahrungen mitteilen. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen schmollend hier, ein bisschen trotzdem enttäuscht von mir auf alle Fälle. Ja, aber auch, dass ich jetzt nicht diesen Heeskeletor euch zeigen kann. Schade, schade, schade. Und ich hoffe mal, ihr könnt mir auch mal die Daumen drücken. Ja, die Barbie-Puppe wird hoffentlich denn morgen verschickt. Und die Dame, die das mir verschicken wollte, hat nur heute vergessen, mir die Sendennummer zur Verfügung zu stellen, weil sie mir versprochen hatte, sie macht das heute und es ist bis jetzt nichts eingegangen. Und jetzt ist man natürlich, ihr kennt das, die Pumpe geht. Nach so einer schlechten Erfahrung von heute hat man jetzt auch noch eine schlechte Vorahnung, dass vielleicht auch dieser Deal in die Binsen gegangen ist, weil diese Barbie-Puppe wäre nämlich für den Puppengeist gewesen. Und er liebt Teen-Talk-Barbys. Jetzt sagt er, was sind denn Teen-Talk-Barbys? Das sind Barbie-Puppen aus den 90ern, die sprechen. Da gibt es deutsche Versionen, die haben natürlich deutsche, die haben eine deutsche Sprache mit verschiedenen Sätzen. Es gibt natürlich auch holländische, natürlich auch amerikanische. Mehr weiß ich jetzt gar nicht. Und der Puppengeist sammelt diese Teen-Talks. Und ich wollte ihnen wirklich eine Freude machen. Und ich hoffe mal, die Freude wird mir gelingen, nachdem er mir einen tollen Scare-Glow geschenkt hat. Habt ihr vielleicht gesehen das Video. Kann ich euch unten auch mal in die Infobox verlinken, wie ich mich gefreut habe, wo ich von der Arbeit gekommen bin. Und ja, hier diese Origins-Scare-Glow-Figur bei mir lag, die ein wenig anders war als die herkömmlichen Origins-Figuren von Scare-Glow. Ja, das darf es jetzt wirklich gewesen sein. Jetzt entlasse ich euch in den Tag oder in den Abend oder in die Nacht, wann immer ihr auch dieses Video, ja, was nicht erfreulich war für mich, geschaut habt. Und wir sehen uns wieder bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Bis dahin bleibt auf alle Fälle, ja, sammelwütig. Tschüss.